Hallo ihr Süßt! Okay, Zeit für einen Spaziergang im Tal des Todes. Nehmen Sie es nicht persönlich, aber jede Rasse sollte unter sich bleiben. Die verdammten Amerikaner checken das anscheinend nicht. Die Amerikaner denken immer, sie wären so wahnsinnig toll in allem. Dabei haben sie an einem Tag wahrscheinlich mehr Opfer von Waffengewalt in einer einzigen Großstadt als wir hier. Amerikaner. Was für ein armseliger Haufen nicht nütziger Amerikaner. Gott verdammt in der Hölle! Ich mag diese Arre aber nicht. Man weiß nie, was sie denken. Ich habe noch nie so viele Sexbesessene auf einem Haufen erlebt. Oder zumindest nicht seit meiner Zeit im Internat der Allerheiligen. Ich weiß, dass es im Moment nicht angesagt ist, aber Frauen sollten Kinder kriegen und sich um den Haushalt kümmern. Wartet's nur ab, bald werden die Leute wieder so denken wie ich. Frauen sollten diese Art Arbeit nicht verrichten. Ihnen fehlt einfach die dazu notwendige Skelettstruktur und Muskelkraft. Warum hier so viele beertriebende, testosteronhaltige Kerle in diesem Geschäft? Ein Frau kann nicht mehr kämpfen, ohne belästigt zu werden. Keine Sorge. Sie ist keine Lady. Die hat's verdient. Ich wette, sie hat ihren Rückenbehaar hoch über die Schulter gekämmt. Diese Leute nicht verdienen meinen Respekt. Wenn ich diesen Kommunist Ivan irgendwann ohne seine Uniform erwische, also dann gibts hier bald einen windelweichen Russen. Russland ist für mich wie meine Mutter. Wenn sterben, ist mir egal. Es heißt zwar, der Kalte Krieg ist vorbei, aber solange es irgendwo anders noch ein Russland gibt, ist der Krieg noch nicht vorbei, sage ich. Ich bin ernsthaft verletzt. Viel leicht wäre Wodka gut. Und mit Whisky könnte man die Wunden reinigen. Was ist bloß aus der Armee geworden? Zu viele Ausländer, die wohl auch nicht mal richtig die Sprache können. Diese Männer nicht Liebe töten wie Fidel Liebe töten. Sollen sich suchen an deren Job. Die denken vielleicht, dass ich sie nicht mehr alle hab. Aber in Wahrheit sind die die Verrückten. Eines Tages werde ich sie alle umlegen. Leck mich am Arsch. Es gibt Leute, die denken, sie sind was Besseres. Und die haben meistens so'n Anzug an. Gottverdammt in der Hölle. Das Pissgesicht macht mich langsam krank. Könnte wahrscheinlich nicht mal ne Forelle ausnehmen. Hahahaha! Idioten! Ich bin Black. Außer muss ich wissen, South Africans ist Hauskäufer. Und zwar Mosche Hauskäufer. Die sind nicht die respektlosesten, zwielichtigsten Leute, mit denen ich je zu tun hatte. Ich habe schließlich auch drei Semester Jura studiert. Kommt schon, ihr Hurensöhne. Mehr habt ihr nicht drauf? Wir dürfen nicht vergessen, dass wir unsere Feinde versteckt im Gebüsch hinterlassen haben. Vielleicht... Verdammt in der Hölle. So, das nenn ich Teamarbeit. Ich könnte es jetzt mit der ganzen Welt aufnehmen. Oder mir sogar ne neue Tativierung machen lassen. Mit all euren Namen drumherum. Vielleicht die Reden auf meinem. Haha, ihr wisst schon. Bada bumm, bada bing!